Ok, ist gut. Hier sind wir es auch. So eine Schreinerei. Da müssen wir es zum Glück nicht nochmal machen. So, außer für Puzzleteile. Oh, da links sah es so aus, als ob da was wäre. Da hat sie immer wieder die Weiße bewahrheitet. Nach links gucken. Am Anfang ist immer gut. Oh, wieder ein Lohrenlevel. Oha. Ok. Das K habe ich erfolgreich. Boah, das war knapp. So, habe ich. Boah. So knapp vom Speicherpunkt. Was zum Teufel. Oha. Aha. Schreibt da mir nicht. Toll, danke. Ok, das habe ich wieder. Ich hatte doch... Ich habe doch zwei Leben. Warum war ich dann gleich auf einmal tot? Ist ja komisch. Silke. Verstehe das einer mal. Wuhu. Hepp. Und da. Hepp. Und da. Nein. Ich habe es nicht. Ach fuck. Lieber mal sterben lassen, damit man, ähm, das nochmal holen kann. Bevor... Oh, ich habe den Satz noch nicht mal ausgesprochen. Na, das Leben wollte ich zumindest mal holen eigentlich. Hopp. 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 Ui. Wie komme ich denn da runter? Hm. Nochmal ein neuer Versuch. Oh. 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 Hepp. Runter. Ah. Wie? Ah, 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 ah. Was hier aussieht, als ob ich unfähig wäre, ist eh... nur so auf... länger auf A, B bleiben. vielleicht einfach hier noch nach unten drücken wenn man dann okay cool das habe ich schon war da unten wäre was gewesen und das level also da ist er wieder ich bin einfach noch nicht weit genug vorne bevor ich immer abspringen es war jetzt der zweite tod der minimal unnötig war nein ich muss mir die brille nach oben schieben konzentration ich bin doch relativ spät gesprungen ein neuer versuch wenn ich bei dem einen ding noch also bei dem bei der zweiten beziehungsweise dritten figur wenn ich da noch auf das teil springe was wo man sich ducken muss zum beispiel jetzt ach ach nein nicht so dann hätte ich noch einen dann hätte ich noch ein theoretisch das puzzleteil abfangen können das probieren wir jetzt gleich nochmal aus was 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 ja nein ich fahr zu niedrig minimal mikro also zentimeter millimeter haben gefehlt wollte erst mikrometer sagen das wäre doch vielleicht ein bisschen zu wenig ok jawohl da unten bei der eule wäre es mal wie lang gegangen ich glaube das wäre ein art secret exit dann gewesen das können wir noch mal machen das war ein relativ fix oder das hier geht dahin die machen wir nochmal wir holen noch den secret exit daraus wenn man etwa sehen wo es hingeht wo muss man spät abspringen namini hat gerade ein zwinker smiley hinter dir aus hinter die aussage gesetzt also wenn man ja nicht stirbt dann geht das level echt schnell muss ich das kong noch mal sammeln eigentlich nicht oder ich kann es einfach nicht mehr ach misst okay bei dem war es okay und bei dem da hätte ich da war es noch ein zweiter muss unten rein ging ich habe mich schon gerade in der säge gesehen okay okay da ist also alles noch viel gehabt aber beim nächsten jetzt ich wollte gerade sagen da muss ich hier unten rein was mache ich springe hoch also der wille war da man könnte es wieder auf einen hirn weg schieben elegant mit dieser leichtigkeit aber jetzt kommen davon ist das viel und runter ist das von dem ich habe keine hilfe halt nein lass mich runter so tief auch nicht nein nein puh drei sekunden war knapp aber doch noch geschafft okay das habe ich jetzt kommt das eine puzzle teil wo vorhin auch schon verzweifelt sind also damals war ganz normal rüber da auch irgendwie müssen wir es jetzt schaffen auf den kleinen vielleicht mal neuer versuch so ein tötet müsste ich auf den kleinen springen und dann müsste ich gleich nochmal weiter springen um das auf das große teil zu kommen so ist zumindest mein plan ich habe bis jetzt noch nicht geschafft vielleicht geht es ja auch gar nicht aber so müsste es eigentlich klappen ach wie ich es alles überspringe also hier wundert der neu einschaltet ich versuche gerade das puzzle teil zu finden äh zu kriegen also nicht wundern dass ich mich hier die ganze zeit halb in tot stürze wenn ich es nicht kriege da hat das jetzt folgt noch secret exit nein ich will nicht ich will nicht secret exit hatte ich verpasst verdammt okay ähm secret exit war also am ende da nicht springen sondern irgendwie versuchen auf dem feeddown zu landen das puzzle teil habe ich aber jetzt schon mal sicher das ist schon mal gut das klingt nicht so wie bei dem kong dass man es immer wieder neu einsammeln muss im normalen modus so und jetzt irgendwie versuchen auf die eule zu kommen ok gar nicht springen also auch nicht von weiter hinten sondern einfach fallen lassen theoretisch hört sich das auch so leicht an die praxis sieht leider nur noch ein bisschen anders aus ab und hab ah und jetzt hätte ich da springen müssen auf der eule um weiter zu fliegen ja man nimmt halt alle sachen mit die man falsch machen kann und irgendwann ist es dann richtig aber jetzt sind die lorenlevel hier deutlich einfacher als damals beim ersten doggy kong country auf der superintendon ich hab doch gedrückt verdammt ah oh jetzt hab ich nicht gedrückt ich hab gerade auf meinen ähm zu tode gedrückten daumen geschaut nach dem stream muss ich mir erstmal ein eispatt gönnen nicht dass er mir eines tages mal abfällt okay hab hab sagen bringt auch nichts man muss schon richtig springen ok machen wir noch ein deal wenn ich es in den nächsten fünf mal nicht schaffe dann gehen wir einfach weiter mit dem nächsten level brauchen wir jetzt auch nicht unnötig zeit verschwenden auch wenn ich es gerne haben würde aber ich hab bestimmt spannenderes als immer genau den gleichen ablauf zuzugucken ah jetzt bin ich gesprungen war zu früh gesprungen ok Nummer 1 oh 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 hätte ich mich ducken müssen aber irgendwie haben wir ihn hier duckt oh das war auch knapp die räder der lore eiern schon ziemlich boah man fäll nummer zwei ah ich will mir immer am anfang noch die brille hochschieben und dann ähm verpass ich den ersten sprung meistens ach es ist wie das mit den lianen irgendwie ist es einfach nur ähm ein problem das sie halt eingeschlichen hat und das wiederholt sich gerade die ganze zeit es will einfach nicht besser werden mal drei Jetzt habe ich gerade Chat gelesen, Mist! Na, wegen dir sterbe ich! Schäm dich! So, jetzt probiere ich mal... Oh, ich bin schon weitergekommen, ich fahre schon ganz knapp. Okay, 4. Was? Ah, dann gedrückt halten. Okay. Ich habe alles entscheidend im letzten Versuch, versuche ich mal das zu machen. Jaaa! Jaaa! Der Trick hat funktioniert und jetzt klettere ich hier hoch und bin dann wieder oben. Haha. Ja, tatsächlich. Secret Exit! War zu langsam. Ja, aber immerhin. Alle Puzzleteile gesammelt. Und Kong hat man eigentlich eh schon fertig, ne? Oder? Wurde jetzt noch nicht so angezeigt, aber eigentlich müsste ich es fertig sein. Ja genau, Kong ist auch fertig. Aber ich brauche jetzt schon mal nicht so schön und ist es so wichtig. Ja, das sieht so. Ja, Mensch! Jache, was ich. Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig und fertig. Vielen Dank.